liebe video freunde petri heil und schön dass ihr wieder dabei sei zu einem weiteren video hier beim angler auf dem kanal und heute mit einem geburtstags mystery paket von dem guten pjörn der ein oder andere der beim angler unten kommentieren tut habe ich schon mal seinen namen gelesen er heißt vorhieß 81 nicht 82 auch bei discords so schimpft er sich oder war es vorhieß 82 nicht 81 ich weiß nicht auf jeden fall dieser pjörn ist das ein geburtstags päckle ja absender modu pjörn travolta dem bravolta sein cousin ich weiß gar nicht wie ich damals dazu kam wenn es weist schreib es auf jeden fall mal unten kommentare ich weiß nicht mehr ich habe irgendwann mal so ein spruch rausgehauen dem travolta sein cousin und seitdem hat er den namen irgendwie weg und ja für den ehemaligen märchenprinz ja der lässt sich das nehmen seine pakete sind sehr sehr speziell der hat immer so viele kleine botschaften hier auf seinem paket und er so ein bisschen kleines bisschen pjörn bist du auf jeden fall gruselig du merkst ja sehr vieles was ich in meinen videos mal erwähne oder raushaue in den ja ist jetzt schon das dritte jahr wo ich von ihm ein geburtstagspaket bekomme und er hat immer mal so kleine anekdoten irgendwo auf den paketen notiert irgendwelche sprüche die ich irgendeinem video mal losgelassen habe er schaut sich meine videos auf jeden fall sehr sehr genau an ja masters of universe überall himmel an masters of universe aufkleber hier drauf hier hat mir glück gehabt das wäre fast abgefallen ja an dieser stelle lieber pjörn vielen lieben dank natürlich machen wir das mal auf teppichmesse haben wir hier und an dieser stelle vielen vielen lieben dank finde ich absolut absolut ja absolut knorke von dir seine pakete ist noch immer ein bisschen speziell ich hoffe dass diesmal keine tüten suppen drin sind habe was im auge ja aber bestimmt schokolade bestimmt ich bin auf jeden fall mega gespannt an dieser stelle nochmals pjörn vielen lieben dank ich bin total ja ich habe schon lang keine mystery pakete mehr bekommen ja ihr dürft den angler nicht so vernachlässigen das ist nur spaß ist nur spaß so wir machen das mal auf und dann gucken wir mal da rein ja ja pjörn was soll ich sagen wäre doch nicht nötig gewesen oder ich freue mich ja wahrscheinlich auch wieder so eine lustige clowns mütze hier drin liegen die ich dann wieder aufziehen soll ja so sieht es erstmal aus luftschlangen polstermaterial alles dabei alles an bord und was steht da drauf der angler will nur unser bestes unser geld auch so ein typischer spruch wie oft habe ich den schon losgelassen gerade in unserer spendenaktion und der verrückte hund ist hingegangen hat natürlich hier ein paket und hat da geld drauf geklebt elf cent okay ich hoffe nicht dass die elf cent jetzt auch eine anspielung sind weil wie gesagt er ist er ist er ist schon sehr speziell aber pjörn wir haben jetzt hier miteinander ein paar mal gequatscht du hast ein köstlich ein köstlichen dialekt so richtig schönen schwaberländler ja so machen wir mal auf dann hast du ja bestimmt schon asterix und obelix geschaut asterix und obelix auf schwäbisch so das fühlt sich ganz komisch an was ist das an die luftpolsterfolie oh ist das das was ich denke ist das dass du blöder und hoffentlich geht hat auch das ist ja geil also hoffentlich hast du batterien reingemacht ich habe das das zum ersten mal ich kann man kann man kann man kann man kann man kann man kann so aussehen ich finde das mega das erste mal habe ich das dinge gesehen bei einem sehr sehr tollen youtuber ich gucke den unwahrscheinlich gern und vielleicht guckst du ja auch dir dieses video an kurd kurdi unser gotzilla fan 1990 der hat das mal in seinem video gezeigt und war das war übrigens ein schönes video und echt schönes video und da habe ich das ding zum ersten mal gesehen wolltest mir tatsächlich auch schon mal selber zulegen aber dann irgendwie aus den augen aus den sinn und jetzt hat dieser verrückte hund mir das hier reingelegt die gotzilla spartose ja ich hoffe ich hoffe das sind batterien drin dass das dass das sogar funktioniert dass ich euch das einfach mal präsentieren kann und auch vorführen kann ich freue mich gerade wie ein plätzchen und wenn ich es jetzt aufmachen ist vielleicht was ganz anderes drin und lametta aber es ist jetzt sehr stark da ist ja sogar noch ein bötchen drauf alter ja es ist tatsächlich drin es ist kein quatsch drin es ist wirklich das drin und deshalb das ist aber fies genau du drecksack wasser smart du hattest mal ein paket mir geschickt genau du warst das du hattest mir mal ein paket geschickt mit dem ganzen zeug und davon hatte ich bestimmt zwei monate was davon zwei monate lang habe ich diese krümmel kacke hier im zimmer gehabt das war katastrophe und da liegt auch noch was unten drin bloß nicht so also das ist wirklich kann es gar nicht so zeigen das ist rappelvoll mit dem zeug das ist echt fies zwei monate locker zwei monate lang hatte ich das zeug hier liegen in jede ritze so ich glaube da vorne liegt mir das drauf und dann holt ihr das weg ja genau das gucken wir uns jetzt mal an ich hoffe es funktioniert funktioniert ich hoffe es funktioniert mikrofon ist hier ja warte mal ich mach das mal so ich hoffe es ist nicht so laut nimmt mir das hier vorne ist so ein taster und dann legt mein geld hier rein ich hoffe es funktioniert schade 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 ich muss das ist ja kein problem ich gehe gleich mal da ist fehlt ja wahrscheinlich eine batterie ach nee da unten ist ein schalter und auf achtung jetzt klappt schade schade ich bin die musik schade schade ich bin die muss man so süß die körperchen Alter, ist das geil. Hammer, das sind dann verschiedene. Das wird sie machen. Oh, Hammer, sensationell, Pjörn, Hammer, 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 das ist, das ist mega, das ist, wie sieht das denn hier aus mit den Klamotten hier, Hammer, vielen, vielen lieben Dank, ich hoffe, das ging jetzt von der Lautstärke, ich hoffe, das war jetzt nicht so laut für euch, Hammer, Dankeschön, wirklich große Klamotten, Hammer, voll in Schwarze, also noch geiler ist das ekelhaft, oh, Double Mint, sieht so schön gay aus, aber ist da wenigstens noch ein bisschen drin, einmal Masters of the Universe und dann, was haben wir hier, Rossmann, Angebots, 10% Plätschir, jetzt ruhig ein paar Kaugummis reinmachen können, das sieht hier lustig aus. Herrlich, so, jetzt muss ich aufpassen, hier ist nämlich die Krümmelkacke noch drin, so, ja, das war ja klar, das war ja klar, das muss ja, das muss ja sein. Mit natürlichen Zutaten ist leider nicht mehr zu, äh, ist hier schon aufgerissen, äh, Avengers-Suppe, äh, hast du schon aufgerissen, hast du gedacht, hast du gedacht, oh, das wäre man für einen Angler, ne, äh, ja, das kann man dann, fragt man nicht dann, äh, andersweitig, wohin tun, weil das ist, das ist tatsächlich auf, also, wenn du das mir nicht glaubst, Björn, es ist auf, äh, ob das jetzt durch den Transport ist, hier ist alles voll mit Soßenpulver, äh, ja, dann haben wir hier, für Schwiegervater aus Wiesbaden, ja, tatsächlich, äh, und zwar, mein Schwiegervater ist ein absoluter Dracula-Fan, aber, äh, ich glaube, ich glaube nicht dem, äh, Dracula, äh, sondern doch die eher, eher ernstere Variante, äh, und mein Schwiegervater hat übrigens, äh, der guckt noch sehr viel über VHS-Kassette, tatsächlich, die haben zwar jetzt mittlerweile, seit, nach langen, langer Überlegung, haben sie sich jetzt mal einen modernen Fernseher geholt, aber der VHS-Player noch drauf, äh, noch dran, und zwar haben wir hier einmal Dracula, Dracula, tot, aber glücklich, ja, da hast du ihm, denke ich mal, eventuell eine Freude gemacht, ich werde es auf jeden Fall, ich werde es auf jeden Fall weitergeben, ich sehe ihn ja die Tage, wenn es Kure gibt, Kure, und was ist das denn, äh, für, äh, für Nächtle auf rotem Therapie, für die, für Nächte auf der roten Therapie-Couch, Houdini & Company, der Geist des Magiers, mit David Bowie, okay, er will, sie nicht, und doch, keine Ahnung, ich kenne ich gar nicht, muss ich auf jeden Fall gleich mal nachgoogeln, ey, für ein verrücktes Paar, Monte David Bowie, der neue Badenda aus England, muss dringend heiraten, zwecks Aufenthaltsgenehmigung, okay, nein, muss ich definitiv mal, ähm, äh, muss ich gleich mal nachgucken, muss ich gleich mal nachgucken, kenne ich gar nicht, kenne ich gar nicht, aber das, das macht mir Spaß, wirklich. Ich dachte, der macht immer Musik. Manni Ziller, ich grüße dich, du hast das Ding bestimmt auch zu Hause, hundertprozentig, ne, Manni Ziller, auch ein treuer Abonnent meines Kanals, äh, immer mit einer der Ersten, der unter meinen Videos kommentiert, Manni Ziller, danke für deine Treue, danke für alle, äh, die mir immer so reichlich mich beschenken mit Pakete, danke an alle Abonnenten, an, äh, ich finde das mega, ich finde das mega, äh, klasse, klasse, das freut mich. Ja, herrlich. Demnächst kommt Godzilla X Kong im Kino. Ich erwarte Schreckliches, aber ich werde mir den trotzdem angucken. Äh, ja, vielen, vielen lieben Dank, der Wahnsinn, der Wahnsinn. Äh, ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll, ich glaube, ich werde jetzt hier, äh, auf Stop drücken, ich sage einfach nochmal, Björn, vielen lieben Dank, dann ist es mitten ins Schwarze und, oh, herrlich. Ich mache jetzt Schluss, ich mache Feierabend. Herrlich. Dankeschön. Äh, okay, in diesem Sinne, euer Filmmangler, äh, Horido. Das ganze Gehirn weggelotscht. Das ganze Gehirn weggelotscht. Das ganze Gehirn weggelotscht. Verändert sich durch das Teufel. Der Teufel verändert dich. Ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Und wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das. Ich komme wieder. Sardine. Ihr Bär, Judo-Schweinebacke. Zu kämpfen mit dem Falt, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen an dem Geschrei der Weiber. Ha, 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 ha.